So, direkt mit Gekloppe begrüßt. Wir sind zurück in Borderlands Part 7 befinden wir uns. Wir werden jetzt mal den Weg da runter antreten und wie man gerade schon gesehen hat, der Skak war Level 6, also die Gegner werden jetzt definitiv schwerer. Ja, der hat vom Paschlege mehr gebraucht. Ja, müssen jetzt mehr aufpassen. Also nicht, dass Tufis da, der darf nicht immer da so reinrennen, wie ein Gestörter. So, wo müssen wir denn hin? Guck mal, wir müssen hier hinten rechts hoch. Da müssen wir gleich auch noch lang, wir gehen jetzt erstmal hier rechts hoch. Okay, dann machen wir die später platt. Genau, und da oben siehst du diese Dinger da gespannt? Ja, diese Tücher da. Genau. Oh, hier kommt auch wieder was. Skak ist aufgeschwischt. Boah, der springt da hoch. Der nächste kam auch schon geflogen. Da unten ist der nächste. Äh, jedenfalls da wartet... Oh, wartet glaube ich ein Endboss auf uns. Wäre dann der erste Endboss, den wir zusammen bestreiten. Pftige Viecher hier, ey. Ja, vor allem weil die immer so abgeschwischt haben. Die Drecksfiecher. Nimm du die mal, ich hab volle Happier. So, hier unten sind aber noch Kacki-Haufen, die wir auf jeden Fall durchsuchen müssen. Granaten hab ich voll. Müsste ich auch mal einsetzen. Ja, das hatte ich mir nämlich auch eben gedacht, als die Viecher da unten so grad alle rauskamen und hab einfach mal so ein paar hingeschmissen. Also, eine. Was hast du für... Oh, guck mal hier. Was denn? Oh, hab ich was ich gesehen. Oh, guck mal, stand ein Safe. Hab ich nicht gesehen. So, da vorne sind wieder... Oh, Spucker Skak. Die sind fies, die äumeln einen dann so voll. Oh, sehr schön im Flug erwischt. Wirst du auf zu äumeln? Böde Sauern. Ey, geh weg. Liebt der noch? Der zuckt so. Bei mir zuckt doch keiner. Immerhin Nummer einer. Haha, Nummer einer auf die Nuss gehauen im Scheißvieh. Haha. So, überall nur Schotty-Munition drin, Mann. Ah, hier ist bezüglich. Vor allem bin ich damit auch schon wieder voll. So. Da ist der Schreiber. Hau damit auf Fliegefiescher. Oh, aufgeblasener Rack. So aufgeblasen war der gar nicht, wie er abgestützt ist. Achtung, tu fest. Hast du doch ne Keule mitgegeben oder was? Ey, von wo kommt er denn jetzt? Hast du tot? Das war doch mal schön tot rumschießen. Ja, komm her, komm her. Oh, da war ja noch einer. So. Jo. Ich muss nur kurz ein T-Back verteilen. Wir können direkt weiter. Oh, ich hab meine Stop-Programm gestartet. Ja, das ist der zweite Datenschreiber, der uns noch fehlt. Ah ja. Weiß Bescheid. Das hätt sich besser ausdrücken können, muss ich sagen. Ja. So, dann bilden wir jetzt mal die nächste Quest aus. Bin ich auch nicht in Ordnung. Ska getötet und vom TK die Prothese. Und dafür müssen wir jetzt erstmal hier den Spucker-Skuck niederpratzen. Oh, ich hab auch so sehr nachladen gedrückt. Ah, er sprucht nicht an. Döde Sau. Und noch so ein T-Back. Bäm. Und siehst du schon da hinten, wenn du dahinter guckst, den großen Skuck? Das ist Ska. Okay. Und der ist böse. Äh, der sieht auch schon übelst groß aus. Ich muss gerade mal gucken, warte mal bevor der hinterganzt. Ja, ist aber Level 7 Standard. Noch ein bisschen dran snipen. Ja, ich stelle auf jeden Fall mein Geschützturm hin. Und dann pratzen wir den um. Und vielleicht erstmal hier die kleinen weghauen. Vielleicht mach ich dann auch einfach mal einen auf Berserker und geh richtig drauf. Genau, er haust voll auf die Schnute. Erstmal kriegt er hier noch sowas da geworfen. Ja, Granate hab ich auch geworfen. So, Geschützturm. Yeah, und Level up. Oh, die Granate war gut. Hauen um, hauen um. Oh yeah, Leichtigkeit. Wo seid ihr? Ich höre noch voll die Geräusche von was für Skucks dann. Ach ja und, die Schimmelchen. Hi. Oh, er holen mit bis hier hoch. Sniper Skuck müssten hier heißen. Kommt, Leute. Ich werfe euch mal ein paar Nades runter. Was geht? Ich glaube, da kommt gleich schon ein paar Skucks hoch. So, aber erstmal jetzt hier Muni und Geld aufsammeln. Und da ist die Prothese. Oh, da hinten stehen sie ja schon. Was geht? Ah, die kommen schon hoch. Das mal da. Oh, da liegt noch Manni. Hier vorne auch. Zack. Und dann schauen wir uns da oben. Na ja. Was haben wir hier? Sicherlich. Waffenkiste. Waffenkiste. Ne, Mundkiste. Da ist eine Granate für mich drin. Hier hinten sind noch Waffenkisten und Kacki Haufen. Du klopst doch da hin. Ach, da ist noch einer. Hier kam gerade noch einer. Oder kommt. So langsam. So langsam. Bam, kam er voll um die Ecke geflogen. Oh, und ich hab auch Skillpunkte. Ich geh mal Skillpunkte verteilen. Das mach ich doch auch mal. Ich bin ja auch Level aufgestiegen. Ah, hier. Okay, wir gehen weiter auf Projektilschaden. Ich gucke da. Sollst du mich anspucken? Meine Maus ist noch so schnell. Die muss ich gleich mal runterstellen. Da ist keine Munition für mich drin. Aber hier ist Waffentruhe. Oh yeah, hier ist ein Sniper drin. Ich nehme mal die Pistole, die kann ich verkaufen. Der Mundkiste ist auch nichts für mich. Ist die Sniper was für dich vielleicht? Weil du gesagt hast, du hast eine Sniper. Ist die vielleicht besser? Müsste ich mal gucken. Haben wir sonst noch irgendwas? Ein paar Skak-Hölen. Da ist noch eine Toilette. Die können wir nicht gebrauchen. Oh, hier ist noch eine Truhe, die wir gar nicht aufgemacht haben. Aber auch nur eine Mundkiste. Also hier kannst du noch Granaten holen, wenn du brauchst. Und ich muss gerade... Ne, die ist eigentlich genau gleich, glaube ich sogar. Die ist genau gleich. Ich hab die. Also wenn du magst, kannst du die nehmen. Ich brauch keine Sniper, nimm sie mit zum Verkaufen. Ja, Empfindlichkeit auf Null stellen. Ach geil, das ist schon die... Achso, und ich wollte ja auch einen Skillpunkt verteilen. Da kamen ja Viecher dazwischen. Was nehmen wir denn nach? Was nehmen wir denn nach? Ja, das ist besser. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage... Machen wir doch Marr. Ich glaube, ich geh ne Marr abgehärtet. Das ist für mich vielleicht mal ganz gut, weil ich sie mal so vorstürme. Also jetzt ist die Frage... Die nächste Quest, die wir hier haben, die ist halt Level 9. Schwierigkeit hart, haben wir da jetzt. Wir sind ja erst Level 8. Die Klingenblumensamen sammeln. Genau. Aber ich würd sagen, da metzeln wir uns irgendwie durch, oder? Ja klar. Kriegen wir auch schon hin. Was sind die für ein Level hier unten? Level 6 ist der da. Joach, das kriegen wir hin. Wo steht der denn? Ach, da. Hier ist noch ein Kacki-Haufen mit Munition. Das ist doch schon mal nett. Steht hier auch einer? Ja. Ich werf mal ne Granate und guck mal, was er macht. Guck mal, hol's Bällchen. Warte, ich will Bällchen werfen. Och. Du fährst Pult wieder alles. Schon voll die WoW am Start. Guck, ich sollte mir auch mal ne Schotty zulegen. Ja. Ist immer nur doof, dass du nur 6 Schuss dabei hast, ey. Ja, das kommt ja drauf an, wie groß Magazin ist. Es gibt auch nur 2 Schuss Schotties oder 3 Schuss und sowas. Na gut, ich hab jetzt eine mit 6. Gut, die mit 2, die würden dann natürlich schon richtig reinpratzen, ne? Das ist richtig. Oh, die sind jetzt schon Level 8. Unser Level quasi. Warte. Wusstest du, dass dein Hartz-Mädel-Gesundheitszustand und Schiffstärke deines Gegners anzeigen kann? Ach was. Wow, Claptrap. Ja, da oben waren wir gerade so, weil wir sind voll hier umgegelaufen. Na egal. Toll. Was siehst du an den Totenschädel, mach ich aus dem Staub. Okay, ich sehe aber gerade keinen Totenschädel. Dann gehen wir erstmal weiter. Ich werfe ein Bällchen hin. Oh, ich hab voll keine Granaten mehr, ey. Und nochmal ein Bällchen. Ausgewachsener Skak, der ist schon größer. Au, au, er hat mich voll angelutscht, die Sau. Wow. Kannst du da eine Leiche nur bitte woanders hinschießen? Das wäre sehr nett. Der kam doch gerade auf dich angesprungen. So, und das ist glaube ich so eine Blume hier. Ja. Ist das eine schöne Two-Face? Kann ich dir vielleicht auch noch einsammeln, dass wir dann direkt... Ah, ne. Als wir zusammen durch den Park betollt sind und haben Blumen gepflückt. Ach, das war schön. Warum ist da jetzt immer noch diese blöde Feind-Level-Anzeige? Die nervt mich voll. Warum rastet er da unten schon vollkommen aus? Wir haben da noch gar nichts gemacht. Keine Ahnung. Level 9 ausgewachsener Skak. Ja. Bällchen. Ein bisschen getrocknet habe ich was. Wow. Und das. Wow, jetzt sind es aber viele hier. Aua. Ja. Ja, mein Geschütz hatte auch schon wieder ein bisschen was gepolt. Hu, ha, hu, hu, ha, ha. Two-Face und Berserker-Mode. Wollt auf. Das sieht völlig aus. Sollst du kommen, wenn ich nachlade? Achtung, da ist noch was Großes hinter dir. So, nicht mit uns. Nates. Wie immer wenn ich nachlade. Was ist denn jetzt noch irgendwas oder hast du das schon eingesammelt? Oh yeah, Nates. Äh, weiß ich gar nicht. Ich hatte da hinten gar nicht mehr geguckt, muss ich sagen. Äh, war nur ein bisschen schrotzen. Wer lag da nicht? Dann wechsle ich doch auch mal das SMG aufs SMG so rum. Ach, da hinten ist ja noch einer. Haben wir hier oben was? Oh, da ist eine Blume. Bam. Das Gute ist nämlich extrem genau. Das hier wär ja hier. Und ein Misthaufen. Kacki Haufen. Da ist noch was für mich. Oh, drei von drei. Oh, da oben. Siehst du, die hätte ich fast komplett übersehen. Ja. Ja, dafür ist der Two-Face da. Two-Face ist, äh, in diesem Let's Play quasi klassieren und die Muskeln. Da drüben steht einer, die sehe ich aber. Das ist auch voll das große Stich, ey. Oh, ich hab's runtergeworfen. Scheiße. Aber die können hier nicht hoch, oder? Ach doch. Schade. Alter, was? Gar nicht. Diese Spucker, Skak. Aber, äh, mein Geschütz fällt ihnen quasi in die Flanke und ist jetzt tot. Oh, ich muss nachladen. Achtung, tu fest. Boah. Voll, voll geäumelt. Oh, ausgewachsener Skak, Skak. Oh, ich häng' fest. Oh, ich häng' fest. Oh, ich häng' fest. Den Henna, die hab' ich. Ich find' die Sounds irgendwie voll laut, aber das passt. Oh, hat er mir ins Gesicht gespuckt, die Sau. Ja. Ja. Warte ich ja nicht. Oh, tu fest wieder in Berserker Mode. Ja. Ja, man muss das ja auch mal nutzen, ja. Ach ne, warte mal, was hab' ich denn da jetzt für ein Schild aufgehoben. Und hab's glaub' ich auch direkt angelegt. Ja. Will ich aber nicht haben. Gib mir ja wieder das Schild. So. Das ist ja alles zum Verkaufen. Okay, aber ich nehm' mal einen Medikit. Besser ist das. Haben wir auch nix übersehen? Doch, haben wir. Ne, da kommen wir ja jetzt hoch zu der Blume, genau. Hier noch irgendwas da. Hast du die Blume gepflückt? Genau. 4 von 8. So. Möge der Rundlauf weitergehen. Da hinten ist noch einer, sehe ich. So, genau umgucken. Da oben sind Leute. Da oben sind Leute. Ja. 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 Der kommt. Vollverzogen. Sehr schön. Da hast du die da oben gesammelt? Die hab' ich ja. Wunderbar. Kacke Haufen. Nix für mich. Für mich auch nicht. So. Haben wir denn hier noch was? Oh ja. Granate. Guck mal, hier sind wir Büsch, da können wir durch. Oh ja. Hier hinten ist ein Skuggler. Oh, ist direkt mein Schild weg, gell? Wenn mich so ein Vieh anspringt. Tufel ist wieder in Berserk Mode. Aua. Ja. Weil Tufel war auch schon nur noch auf 13 Lebenspunkte. Aua. So. Da oben haben. Will noch mehr Stress. Will noch mehr Stress. Die haben es aber schon drauf hier die Viecher. Ich klau mir mal die Mediampulle. Ich bin mal so frei. Oh, da ist ja noch einer. Tufel ist halt schon ordentlich Bumms in seiner Scholli. Oh, ich habe es wieder direkt angelegt. Was ist das? Explosivsklebegranaten. Die macht 11 Schaden, die macht 16 Schaden. Ja, dann behalten wir die. Das Ding machen wir mal auf. Oh yeah. Was haben wir da? Painful Shotgun. Oh, Level 13 ist die. Krasser Scheiß. So, können wir den Seesack hier aufmachen? Nein, kann man nicht. Wir können ihn aufschießen. Ja, aber das bringt ja nichts. Ja, muss ich ja noch ein bisschen leveln, bis ich die da nehmen kann. Ja, bis dahin wird es wahrscheinlich um einiges bessere geben. Vielleicht auf dem Level was. Am Ende ist die 4-Level-Dings auch schon wieder Schrott. Ha! Blume! Wie viel haben wir denn schon? Oh, an der wäre ich jetzt voll vorbeigerannt. Weil ich hier gerade so rumgehüpft bin. Oh, Skax. Level 9. Oh, da oben rennen auch voll viele rum. Boah. Scheiße. Voll geworfen wie ein Nab. Ach, ich habe jetzt auch Klebegranaten. Stimmt ja. Dann ins Gesicht werfen und so. Nächstes Level. Oh yeah. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wir haben die Wand gesprungen. Ist doch voll groß. So, nehmen wir doch mal wieder das dick MG. Aua. Noch jemand? Gut. Dann mal aufheben hier. Oh, sie ist ja schon wieder da dran. Oh, sie ist ja schon wieder da dran. Oh, ich nehme die. Ich muss da unbedingt an mir arbeiten. So, was ist denn dann? Hier kannst du mir die Ampulle nehmen. Oh, die ist glaube ich ganz gut gemacht. Schönen Dings. Hier ist noch eine Jeep Repeater. Warte, ich kann sofort. Na ja. 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 Und Skillpunkt verteilen. Äh. Ja, zum Verkaufen. Aber die jetzt ist besser. Die macht Feuerschaden mit drauf. Stimmt. Skillpunkt habe ich ja auch. Wir hatten ja gleichzeitig ein Level Up. Oh mein Gott. Ja, ich gehe weiterhin erstmal auf Schaden. Würde ich sagen. So. Und ich sammle mal die siebte von acht Blumen ein. Und ich würde sagen, wir sammeln noch die achte. Und dann beenden wir den Part hier. Haben wir erstmal Kacki halfen gespüren. Dann bringen wir den. Ein paar Nates. Oh, da vorne warten natürlich nochmal ein paar Skacks auf uns. Ins Face? Ne. Aber er läuft drauf. Achtung. Bam. Oh yeah. Feuerschaden. Geil. Sehr geil. Oh, hier ist die letzte Plume. Die hätte ich fast übersehen. Nur du. Oh, und die Schrott. Und die hätte ich auch fast übersehen. Hier ist Bewaffnung. Was am Ende schönes. Oh. Was ist das denn schönes? Statics. Sieht so viel im Dings. Das ist ne Schottie, glaube ich. Sieht auf jeden Fall aus wie ne Schottie. Und da ist da drunter auch ne Schottie oder was? Ist auch ne Schottie. Ja. Ja ne mit. Beide auf jeden Fall. Wenn nicht verkaufen. Du hast eine Schottwaffe gefunden. Diese Waffen durchbringen die weißen Schilde und können den Gegner nehmen. Ach jo. Das ist ja schön. Aber der war auch glaube ich erst für Level 13 oder? Naja 10. 10? Wenn ich das richtig gesehen habe. Na das geht ja. Das haben wir ja schon fast erreicht. Statics Weeper. Level 10 ja. Na na. Dann kannst du die ja gleich demnächst nehmen. Und dann kannst du die Schilde von den Banditen und so runter ballern. Aber ich würde sagen wir beenden den Part und sehen uns im nächsten liebe Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.